Guten Abend zusammen aus den Grenzgänger Studios hier. Ich bin Tarek und es ist immer wieder an der Zeit, eine Folge Illuminationen aufzunehmen. Illuminationen ist ein Format, das dreht sich um Popkultur, vor allem um Filme und wie diese Filme in Wechselwirkung stehen zur Macht, zur Herrschaft und wie Filme genutzt werden, um Herrschaft zu etablieren. Letztendlich geht es um Propaganda und ich habe einen Film geschaut, der auf Netflix ziemlich für Furore sorgt, für große Diskussionen sorgt, für große Kontroverse sorgt und ich will nicht sagen Kultstatus erreicht, das braucht er so ein bisschen, aber der auf jeden Fall in aller Munde ist. Leave the World Behind heißt der Film, der ist gedreht worden, also Regie geführt hat Sam Esmael, den Kämpfer von Mr. Robert zum Beispiel. Und was an diesem Film sehr spannend ist, was die Produktion anbelangt, dass Barack und Michael Obama Executive Producer sind, das heißt, die haben den Film mitproduziert über ihre Firma und das ist der erste Spielfilm, den die beiden mitproduziert haben. Umso interessanter ist natürlich, wie ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten in einem Spielfilm eine Message platziert oder eben nicht platziert. Und wenn man weiß, dass Leave the World Behind ein Film ist, der eine Apokalypse zeichnet, also den Untergang der Vereinigten Staaten und wie es dazu kommen könnte, da ist umso interessanter, dass man weiß, dass dahinter auch Barack Obama steckt. Der Film ist unglaublich vielschichtig und wenn man den Diskurs in den USA betrachtet, dann sind da auf der einen Seite diesmal die Rechten, die Rechten, die aufgeschreckt sind und sagen, das ist ein absolutes Propagandastück, der Film ist Rassismus und zwar Rassismus gegen Weiße und die Linken, ich will nicht sagen die Woken, aber die Linken grundsätzlich sind mehr damit zufrieden, was zumindest zeigt, dass der Film eher auf der Linie des Establishments ist. Der Film wird unfassbar genau studiert, weil in diesem Film sehr, sehr viele Symbole versteckt sind, sogenannte Easter Eggs und da sind die ganzen Szenarasten dabei jetzt herauszufinden, was dieses Symbol oder jenes Symbol bedeutet und sind dabei zu interpretieren. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass viele Menschen einfach die Grundmessage des Films einfach überhaupt gar nicht verstehen. Und um eine Sache vorwegzunehmen, ich glaube, der Film ist gefährlich, ich glaube, der Film ist ein unfassbares Propagandastück und ich glaube, dass die meisten Menschen überhaupt gar nicht verstehen, welche Propaganda im Hintergrund abläuft. Illumination ist das Format, wo wir uns gerade damit auseinandersetzen möchten, weil ich glaube, dass Filme, Kunst grundsätzlich, aber vor allem Filme, die aus der Traumfabrik Hollywood oder die von Netflix kommen, dass sie unglaublich viel sagen über unsere Zeit und eventuell uns auch etwas sagen können darüber, wie die Zukunft aussehen wird. Doch nun erstmal zum Film, für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben. In dem Film geht es darum, dass eine ziemlich, Anführungszeichen, normale Familie aus Brooklyn, New York, einen Kurztrip macht, einen Kurzurlaub macht nach Long Island, so ein bisschen außerhalb New Yorks, um da für ein paar Tage zu entspannen. Und man kommt da an und hat sich dann ein Airbnb-Haus sozusagen gemietet für ein Wochenende, was unfassbar stilvoll ist, was schön ist, was luxuriös ist mit einem Swimmingpool und es scheint, als wäre sozusagen der Auftakt für ein fantastisches Wochenende, bis nach und nach ganz eigenartige Dinge geschehen. Und das Erste, was sehr eigenartig ist, dass als diese Familie dann sozusagen direkt, nachdem man angekommen ist, an den Strand geht und da sich sonnt, auf einmal ein Öltanker, ein Öltanker schnurstracks direkt auf den Strand zufährt und auch nicht Halt macht, sondern einfach quasi in den Strand sozusagen hineinfährt. Natürlich war das eine gefährliche Situation, die Menschen mussten fliehen und das erste Easter Egg wird schon geliefert und zwar heißt sozusagen der Öltanker White Lion, ein weißer Löwe. Und White Lion, das ist interessant, wenn man zum Beispiel an Schiffe denkt und an White Lion, dann weiß man, dass sozusagen das erste Sklavenschiff angekommen ist in den USA, White Lion hieß. Wir haben auf der einen Seite jetzt schon zu Beginn diese Rassenthematik, die in dem Film immer wieder eine Rolle spielen wird. Rassismus ist ein Thema, Rassismus wird verhandelt und ich glaube aber nicht, dass das das Hauptthema ist. Der Punkt ist, dass sozusagen die eigenartigen Ereignisse, die sich dann im Laufe des Filmes weiter manifestieren und zeigen werden, sozusagen hier ihren Anfang nehmen mit diesem Schiff, das da einfach quasi zusteuert auf den Strand. Eine wichtige Thematik ist oder ein wichtiges Indiz ist auch, dass dieses Schiff ein Öltanker ist. Und wenn man weiß, was Öl für eine Funktion hat, für so eine Ökonomie, für eine Gesellschaft wie die USA oder für die gesamte Welt, dann muss man sowas sagen, dass es auf gewisse Weise die Adern sind, die das gesamte System, die die Ökonomie am Laufen halten. Und so wie die Sklaven seinerzeit in die USA verfrachtet wurden, um die Ökonomie sozusagen in Gang zu setzen und um sozusagen für den Wohlstand der USA zu sorgen, genauso ist das Öl, was man ja gleichermaßen durch Beutefeldzüge sich erraubt, eine Art von Nahrung für die Ökonomie, damit sie funktioniert. Also ein Raubgut wie die Sklaven. Und es ist natürlich hoch symbolisch, wenn das geraubte Gut jetzt sozusagen einfach ohne Navigation, einfach ohne sozusagen Ziel einfach einen Strand zusteuert. Ich glaube, damit ist auf gewisse Weise das Grundthema schon gesetzt. Denn das Grundthema ist der Untergang der Vereinigten Staaten von Amerika. Doch weiter zu den Ereignissen. Es geht weiter, dass die Familie dann sozusagen zurück im Haus ist. Für die Kinder ist es, als ob nichts passiert wäre. Die gehen wieder in den Swimmingpool. Aber die Eltern machen sich schon hier und da Gedanken. Und was dann passiert, ist, dass nachts auf einmal jemand an der Tür klopft. Und da steht sozusagen der wahre oder der echte Besitzer des Hauses, der das Haus vermietet hat, mit seiner Tochter. Und das ist Mahershala Ali, ein schwarzer Darsteller und seine Tochter. Und die sagen, dass es Probleme gibt in New York. Es scheint, dass da ein Stromausfall da ist, dass das Netz ausgefallen ist, auch das Internet ausgefallen ist. Und man wollte sicherer gehen und weg von der Stadt, um dann reinzukommen in das Haus. Und die weiße Familie, die da Urlaub macht, die Eltern sind Julia Roberts und Ethan Hawke, die sind da überhaupt gar nicht begeistert. Vor allem Julia Roberts ist eine ziemliche Karen, die sehr anstrengend ist und sehr misstrauisch ist. Und diese Karen-Figur hat ein Riesenproblem damit, dass sie ja übernachten wollen und misstraut auch quasi diesen Schwarzen. Und da schwingt dieser Rassismus eben mit. Würde sie so reagieren, wenn ein Weißer im Frack, weil der Mahershala Ali, der Schwarzer Darsteller, war in einem Frack erschienen, würde sie genauso reagieren? Würde sie so misstrauisch sein? Mahershala Ali spielt unglaublich kultiviert und charismatisch und versucht zu überzeugen. Und eigentlich ist eine sehr vertrauenswürdige Person, aber trotzdem wird ihm misstraut. Ich muss sagen, diese Dynamik, die da entsteht zwischen diesen zwei Familien, das ist auf gewisse Weise ein Mikrokosmos der Rassismus oder der Rassenkampf, den wir in den USA sich auch sozusagen entfalten sehen. Das ist sozusagen ein Thema, das da gesetzt wird in diesem Film. Das andere Thema ist natürlich das, was dann im Laufe der Zeit weiterhin passiert. Und zwar sind das sehr viele weirde, komische Ereignisse, die die Familien, die da zusammenkommen sind, die da sozusagen wie eine Schicksalsgemeinschaft in diesem Haus leben, überhaupt gar nicht erklären können. Man weiß, es gibt einen Stromausfall, man weiß sozusagen, das Internet ist nicht da, aber man weiß nicht viel mehr. Man kriegt dann hier und damit, dass dann ein Cyberangriff gestartet worden ist. Und was dann passiert, sind eigenartige Dinge, wie zum Beispiel, dass auf einmal ein unfassbar schreckliches Geräusch, ein Lärm zu sagen, die gesamte Landschaft oder die gesamte Gegend zu sagen, beschallt und es ist so durchdringend und ätzend, dass man nicht anders kann, um sich die Ohren zuzuhalten und auf den Boden zu gehen. Man weiß nicht, was für ein Neues das ist, was für ein Lärm das ist, aber es ist auch definitiv erschreckend und das sorgt für ein unfassbar mulmiges Gefühl, weil man einfach nicht weiß, was passiert. Und ich glaube, diese Ungewissheit, sowohl für sozusagen die Darsteller als auch sozusagen für die Zuschauer, ist es ein sehr wichtiges Element des Films. Deswegen funktioniert der Film auch gut. Vorweg gesagt, der Film ist gut. Ich fand den Film fantastisch. Die Message ist eben brutal, die ist brutal negativ, aber man muss akzeptieren, dass als Kunstwerk der Film eigentlich ganz gut funktioniert. Es heißt ja, dass Obama dafür Sorge getragen hat, dass auf gewisse Weise der Film so realistisch wie möglich ist. Also auch diese Mikrowellenwaffen, diese Neues, auch der gesamte Film an sich, der wirkt sehr realistisch. Es ist nicht wie so ein Armageddon oder Deep Impact oder I am Legend oder World War Z oder diese ganzen harten apokalyptischen Filme, etwas, was jenseits der Realität ist. Deswegen wirkt der Film auch viel verstörender. Also das Gefühl, was man hat, wenn man den Film sozusagen beendet hat, das ist nicht toll. Man hat ein mulmiges Gefühl, einen flauen Magen. Das liegt schon schwer im Magen, man macht sich Gedanken darüber. Und ich glaube, dieser Realismus, der ist auch auf gewisse Weise Barack Obama zu verdanken, weil er ja während des ganzen Prozesses sehr stark eingebunden war und zusammen mit dem Regisseur Sam Esmail auch immer wieder Diskussionen hatte, wie man es am besten ablaufen lassen kann. Es gibt in den USA diese große Debatte, ob eventuell Obama, was sind die Guten, beziehungsweise die Obama gut sehen, die sagen, wollte Obama uns was sagen damit. Es ist eine Message für uns. Und die anderen sagen, es ist unverantwortlich von Barack Obama, dass er so einen Film sozusagen produziert, weil er einfach unfassbar viel Panik schürt. Weil es schürt Panik, die glauben, es könnte wirklich passieren. Was ja auch wirklich passieren kann. Und wenn sogar so jemand dahinter steckt, dann kann man sich vorstellen, okay, das ist tatsächlich super realistisch. Was fangen wir damit an? Ich glaube schon, dass durch Barack Obama der Film eine gewisse Form von Glaubwürdigkeit, auf welcher Ebene auch immer, bekommt. Egal, wie man auf den Film schaut, der Film kriegt mehr Gewicht dadurch, dass Barack Obama dahinter steckt. In dem Sinne, dass man dann glaubt, okay, es kann wirklich genauso ablaufen. Und andererseits, dass man sagt, okay, eventuell ist da tatsächlich eine Art von Predictive Programming dahinter oder eine Message, die sich wirklich so entfalten wird. Da wird Realismus eigentlich gezeigt, weil Barack Obama dahinter steckt. Die weiße Familie ist gekommen mit zwei Kindern. Wir haben einen 16 Jahre alten Jungen und ein ungefähr 10 Jahre altes Mädchen. Das 10 Jahre alte Mädchen ist unglaublich fixiert auf die Serie Friends. Da das Internet aber ausgefallen ist, konnte sie die letzte Folge nicht sehen. Und für sie dreht sich, obwohl die Apokalypse scheinbar ausbricht und alle in Panik sind auf gewisse Weise, dreht sich alles nur noch darum, irgendwie die letzte Folge von Friends zu sehen. Und dieses Motiv, ein 10-jähriges Mädchen, was sozusagen abgeschnitten ist von der realen Welt, was von den Eltern und was vom Bruder immer wieder auch vom Bruder maltrittiert, aber von den Eltern auf gewisse Weise ignoriert wird, findet die einzige Befriedigung und die einzige Freude darin, sich in künstlichen Welten der Vergangenheit zu verlieren. Und es gibt eine Szene, da sagt eine Darstellerin zu der Serie Friends, das ist quasi eine Nostalgia, also man hat eine Nostalgie für eine Zeit, die niemals existiert hat, also die 90er Jahre. Und ich glaube, das ist sehr treffend, weil es geht schon darum, dass auch grundsätzlich die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts als sozusagen die letzte Zeit betrachtet wird, wo die Welt noch unschuldig war. Weil wir hatten, vor 1990 hatten wir den Kalten Krieg, da war ständig die Gefahr da, dass sozusagen die Welt untergehen wird, dass dann irgendwann so Atombomben fliegen. Dann, als der eiserne Vorhang gefallen ist, die Sowjetunion sich auflösen musste, hatten wir den Siegeszug des Kapitalismus des Westens und man glaubte, man würde jetzt in ein glorreiches Zeitalter hineingehen, ohne große Konflikte, weil eben der große Systemopponent der Kommunismus verloren hatte. Aber es war nicht der Fall. 2001 mit 9-11 hat diese Ära, diese 10 Jahre der 90er Jahre, in denen eigentlich sozusagen die Welt nicht aus den Fugen zu sein schien, ein jähes Ende gefunden. Und ich glaube, das spielt da schon hinein, dass Friends eine Art Symbol ist für diese unschuldige Zeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist die Serie Friends natürlich auch ein Symbol für, also vor allem im Hinblick auf das Mädchen, für einen bedingungslosen oder für einen hingebungsvollen Medienkonsum, für das Aufgehen des Subjekts in den Massenmedien, in Unterhaltungsindustrie, in Trash auch, einfach, weil man dort Zuflucht findet von den Widrigkeiten des Alltags. Das wird zum Ende hin nochmal eine Rolle spielen. Die zweite Figur ist der 16-jährige Junge eben, der von einer Zecke gebissen wird und dann sozusagen einen Tag später Krankheit entwickelt, Fieber entwickelt, Ausschlag bekommt und seine Zähne fallen ihm raus. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schreckliches Bild, wie seine Zähne eben ihm rausfallen und er sie rausziehen kann. Man versucht dann irgendwie Medikamente zu finden und landet dann bei einem Prepper, das war ein Handwerker von dem Hausbesitzer, und geht zu ihm hin und dann sozusagen entscheidet sich eigentlich das, was so ein bisschen den Kern des Filmes ausmacht. Und zwar gibt es da eine Konfrontation zwischen George und dem Vater des Jungen und dem Prepper, gespielt von Kevin Bacon, um das Medikament, was man benötigt. Also, wenn man rational darauf schaut, dann ist es, das ist ja so, dass der Kevin Bacon, der Prepper-Typ, der für die Apokalypse vorbereitet ist, einfach nur das Antibiotikum diesen zwei Leuten geben muss. Er kennt quasi den George, der hat für ihn gearbeitet, das ist ein Nachbar. Einen anderen kennt er nicht, aber er sieht, dass der Junge krank ist und die brauchen die Medikamente. Was fällt ihm dabei ab, ihm einfach die Medikamente zu geben? Ihm wird sogar tausend Dollar angeboten, aber er akzeptiert das nicht. Warum macht er das nicht? Und ich glaube, diese Auseinandersetzung ist eine der Kerndiskurse oder eine der Kernthemen bei diesem gesamten Film. Denn, was Kevin Bacon, was der Prepper macht, ist eben, dass er sich selbst und seine Familie über das Wohl der anderen stellt und nicht bereit ist, so ein kleines Opfer zu erbringen. Aus Misstrauen, aus Paranoia, aus Egoismus, weil er weiß, was die Stunde geschlagen hat, weil er weiß, dass die Apokalypse kommt und dann jeder nur auf sich selbst schauen muss. Es endet in einem Showdown, Waffe gegen Waffe und dann wird das Tauschgeschäft doch abgewickelt. Aber was einfach zum Vorschein kommt oder was so virulent ist, ist eben diese Haltung des Preppers, der einfach sagt, es gibt kein Gesetz mehr, der Apokalypse ist ausgebrochen. Es gibt keine Kommunikation mehr, es gibt kein Internet mehr. Alles ist quasi, was die Zivilisation zusammengehalten hat, ist verworfen, existiert nicht mehr. Was jetzt bleibt, ist quasi der Konflikt zwischen den Menschen, ohne Gesetze. Und jetzt gilt das Gesetz des Stärkeren, das Recht des Stärkeren. Und ich habe meine Schrotflinte, ich kann mich verteidigen und was ihr macht, interessiert mich einfach nicht. Und ich glaube, das ist eine Art Kernbotschaft des Films. Die Kernbotschaft lautet, wenn die Apokalypse kommt und wir keine Gesetze haben, dann wird Chaos ausbrechen. Das kann ich auch an verschiedenen weiteren Elementen nachweisen, denn man sieht in dem Film, dass zum Beispiel die Straßen verstopft sind. Und die Teslas quasi werden durch bestimmte elektromagnetischen, zu sagen, oder Hackerangriffe werden Teslas in bestimmte Zufahrtsstraßen gelotst und dann crashen die. Und man weiß, dass in den Städten, zu sagen, jetzt Chaos ausgebrochen ist, dass man hört Schüsse und Bomben. Man hat Angst vor der Zivilisation, die nicht mehr existiert. Und dieses Motiv wird sogar in der ersten Szene des Films direkt gesetzt, wo die Julia Roberts, also die Amanda, gespielt von Julia Roberts, direkt in einer der ersten Dialog in die Kamera hineinschaut und sagt, ich hasse Menschen. Und dieses Ich-hasse-Menschen ist, glaube ich, sehr fundamental hier. Weil wenn man aus dem Film rausgeht, dann weiß man eins, wenn die Welt untergeht, dann werde ich ein Problem haben, wenn ich nicht eine Waffe habe und wenn ich nicht irgendwie meine Familie beschützen kann, weil die Menschen böse sind. Die Menschen sind evil. Dann gibt es eine weitere Auseinandersetzung zwischen den zwei Frauenfiguren dort, wo es genauso darum geht, dass man streitet sich die ganze Zeit, man ist die ganze Zeit misstrauisch. Und wo man übereinkommt, ist in der Feststellung, dass die Menschen eigentlich alle böse sind. Und es eine Massentäuschung ist, dass wir glauben, dass die Menschen irgendwie gut seien. Nein, die Menschen sind schlecht und deswegen ist es okay, die Menschen zu hassen. Und diese Menschenfeindlichkeit, die der Film transportiert, das ist etwas, was wir schon seit längerer Zeit kennen. Also seit längerem wird der Mensch so behandelt, als wäre er die Wurzel allen Übels und man müsste den Menschen zähmen, bändigen, man müsste ihn disziplinieren, man müsste ihn konditionieren, damit die Gesellschaft irgendwie funktioniert. Und das wird eben jetzt auch transportiert durch den Film. Und ich sehe den Film eigentlich in einer Reihe von sozusagen gesellschaftlichen Entwicklungen, wo es darum geht, den Menschen als Problem darzustellen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die sogenannte Klimakrise. In der Klimakrise ist es so, der Mensch ist schuldig, der Mensch ist böse, er ist verantwortlich quasi für diese Umweltverschmutzung und für das Armageddon, was kommen wird. Weil der Feind, den wir zum Feind gemacht haben, ist die Natur und die Natur wird zurückschlagen. Und wir müssten eigentlich die Natur sozusagen heiligen, wir müssten sie pflegen und dann würde die Natur eben nicht quasi mit all dieser Gewalt auf uns zurückfallen und uns quasi ins Armageddon bringen, in den Weltuntergang. Diese Art von Menschenfeindlichkeit haben wir schon mal gespürt. Und zwar war das bei der sogenannten C-Irona-Krise. Da war es ja ähnlich, dass auf einmal der Mensch der Träger einer Gefahr war. Der Mensch ist der Virus. Und der Mensch ist gefährlich. Und wir müssen uns von Menschen schützen. Also eine Art von Menschenfeindlichkeit wurde transportiert. Und jetzt in dem Film ist der Mensch eben die Gefahr, wenn das Gesetz nicht mehr vorhanden ist, das den Menschen bändigt. Im Endeffekt, was der Film möchte, ist, dass wir verstehen, dass wir einen Leviathan brauchen. Und der große Antagonist in dem Film ist die Natur. In der politischen Theorie, die Gründungstexte unserer Demokratie sind immer davon ausgegangen, dass es eine Art Naturzustand gibt. Und dann muss sozusagen der Naturzustand umgewandelt werden in den Gesellschaftszustand. Und der Naturzustand wurde je nach Philosoph entweder so gedeutet, dass in diesem Naturzustand die Menschen eigentlich edle, wilde seien, gut zueinander seien, wie bei Rousseau zum Beispiel. Und dass die Gesellschaft bei Rousseau die Menschen dann schlecht macht. Oder aber bei John Locke zum Beispiel ist im Naturzustand der Mensch auch per se gut. Er hat gewisse Naturrechte, die ihm gebühren. Und trotzdem braucht man aufgrund gewisser Gründe eine Art Gesetz und eine Art Zivilisierung. Was wir hier aber haben, ist Thomas Hobbes. Denn bei Thomas Hobbes ist der Mensch schlecht. Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Und was Thomas Hobbes sagt ist, dass wenn wir keinen absoluten Herrscher haben, der Mensch sozusagen sich bekriegen wird. Der Mensch wird kämpfen, weil der Mensch ruhmsüchtig ist. Weil der Mensch nach Anerkennung strebt und weil der Mensch eben um seine Sicherheit fortwährend besorgt ist. Der Mensch wird dem anderen Gewalt antun, um irgendwie zu überleben. Und für den Ruhm, den er anstrebt, ist er auch bereit, dann quasi überleichten zu gehen. Das ist die Thomas Hobbes' Vorstellung des Menschen. Und diese Vorstellung transportiert eben auch der Film. Was ich so interessant fand, ist, wie eben diese Dichotomie gezeigt wird. Dass wir auf der einen Seite den Menschen haben, dem gegenüber immer wieder in die Natur gestellt wird. Das heißt, wir haben diese Vorstellung des Menschen, der gegen die Natur kämpft. Wir haben das bei der sogenannten Klimakrise, worauf ich schon verwiesen habe, ist, die Natur zurückschlägt. Wir haben dieses Motiv auch im Film, wo die Natur, dargestellt von Tieren, die dann irgendwie nicht mehr wissen, oder was heißt nicht mehr wissen, die auf jeden Fall ihre Bewegungsabläufe, ihr Herdenverhalten verändern, aufgrund dieser Katastrophe. Das heißt, die Rehe tauchen auf einmal im Garten auf, auch zu Hunderten tauchen sie auf einmal auf und starren auf die Menschen oder Flamingos, die auf einmal im Pool landen. Das heißt, das eigenartige Verhalten der Tiere, als würden die Tiere die Räume, die die Menschen okkupieren, wieder zurückerobern, als würde die Natur zurückschlagen, als würde die Natur sich revanchieren. Dieses Motiv haben wir eben auch aus der Klimakrise, wo die Natur zurückschlägt und versucht, den Menschen wieder in die Schraken zu weisen, weil er zu weit gegangen ist. Und dieses Motiv haben wir eben auch in diesem Film. Denn was jetzt die Gefahr ist, ist die Natur des Menschen. Und wir müssen den Menschen zivilisieren. Denn wenn Gesetz wegfällt, wenn Autorität wegfällt, wenn Macht wegfällt, wenn Herrschaft wegfällt, wenn die Amerika untergeht, was passiert dann? Dann schlägt die Natur zurück. Und es ist die Natur des Menschen diesmal. Aber diese Natur müssen wir zivilisieren. Diese Natur müssen wir zähmen. Denn wenn wir das nicht machen, erreichen wir das, wovor der Film warnt. Und zwar, das ist ein coup d'etat, ein Staatsstreich. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Kernbotschaft des gesamten Films. Und zwar ist die Kernbotschaft Predictive Programming. Und das ist eine Sache, die viele nicht glauben wollen, weil sie sagen, ja, Hollywood ist nur Entertainment. Ich sage, es ist nicht Entertainment. Predictive Programming bedeutet, dass in Filmen oder in Serien bestimmte narrative Geschichten gezeigt werden, die auf gewisse Weise Vorboten sind, reale Ereignisse, die kommen werden. Das heißt, man erzählt Geschichten, die dann später sich tatsächlich manifestieren. Die Frage stellt sich dann, warum erzählt man die Geschichten? Damit die Menschen auf gewisse Weise, wenn sozusagen das reale Ereignis sich dann entfaltet, vorbereitet sind, insofern, als sie dann genau das machen, was der Film von einem erwartet. Oder wie im Film gezeigt wird, wie die Realität sich dann entfalten wird. Das heißt, wenn die Menschen im Film böswillig sind, misstrauisch sind, wenn sozusagen die Ordnung zerfällt, wenn im Film das gezeigt wird, dann ist das quasi eine Programmierung der Menschen. Denn wenn sie selbst in der Situation kommen, werden sie da genauso handeln, weil sie das eben durch die Filme gelernt haben. Und das ist nicht irgendwie nur so, Kokolores ist, sondern es dahinter systemisch steckt, will ich an zwei Beispielen festmachen. Wahrscheinlich findet man noch viel mehr, aber diese zwei Beispiele sind meines Beachtens sehr deutlich. Das eine Beispiel bezieht sich auf die sogenannte C-Rona-Krise. Und zwar einige Jahre, bevor wir diese sogenannte Pandemie hatten, kam ein Film raus. Und der Film ist Contagion. Und in dem Film, das war eine Art Blaupause für das, was sich während der C-Rona-Krise manifestiert hat. Und zwar ist in China ein Atemwegs-Virus sozusagen ausgebreitet durch eben Tiere, durch bestimmte Kreuzungen da. Und das Virus war super aggressiv und hat dann sozusagen, war viel aggressiver als sozusagen in der Realität dann später. Aber dieses Virus hat dann zu Chaos geführt, zu Lockdowns geführt, hat dann zu Einschränkungen geführt. Und das Ergebnis, und das ist eben der springende Punkt, die Lösung in diesem Film war es, dass man sich impfen lassen muss. Das heißt, den Impfstoff zu finden und den Impfstoff allen zu verabrechnen, das war die Erlösung, das war die Lösung für das Problem. Das heißt, so wie sich das quasi im Film gezeigt hat, acht, neun Jahre bevor sozusagen dann das Ereignis sich entfaltet hat, genauso hat sich das dann auch in der Realität gezeigt. Wir waren in der Krise und die einzige Lösung war, wir brauchen eine Impfung. Nichts anderes wurde diskutiert. Die Impfung sollte springen, weil wir wahrscheinlich davor programmiert worden sind durch die Filme und da gab es glaube ich auch mehrere Filme. Ich glaube, World War Z oder sie mit Brad Pitt war es ähnlich. Er hatte eine Zombie-Apokalypse und die Lösung war es, den Impfstoff zu finden. Und den Impfstoff hat Brad Pitt gefunden und das war die Lösung. Eine andere Sache, die vielleicht jetzt auch viel unheimlicher ist, weil sie auch gar nicht so weit entfernt ist, dreht sich um den Film White Noise. White Noise, ein Film, der vor ungefähr von einem Jahr auf Netflix auch glaube ich erschienen ist. Auch quasi hatte der Film eine Romanvorlage von Don DeLillo, ein wichtiger und bekannter Roman, White Noise, Weißes Rauschen auf Deutsch. Und jetzt mal radikal zusammengefasst, was passiert, dass in Ohio ein Zug entgleist mit Chemikalien und dadurch quasi eine Giftwolke entsteht, die eben gefährlich sein kann und die zu Problemen führt und da entfalten sich eben die Ereignisse. Es gibt eben ein Buch, ich glaube 80er, 90er Jahre und dann gibt es eben den Film White Noise vor einem Jahr und was passiert ist, dass tatsächlich in der gleichen Region in Ohio es ein Zugunglück gab und Chemikalien ausgetreten sind und eine Giftwolke unterwegs war. Und das ist quasi ein paar einige Monate nach dem Erscheiden des Filmes passiert. Das ist natürlich sehr eerie, sehr eigenartig. Es kann alles ein großer Zufall sein, aber man sagt sogar, Laiendarsteller, die in dem Film mitgespielt haben, die aus dem Ort stammten, einmal im Film gespielt haben, wie sie quasi mit dieser Wolke konfrontiert sind und dann auch quasi in der Realität das noch einmal durchlebt haben. Und das ist natürlich eigenartig. Und wenn man das bedenkt, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob das, was in Leave the World Behind sich entfaltet, und zwar ein Cyber-Angriff auf die USA, ein militärischer Angriff auf verschiedenen Ebenen, das heißt elektromagnetische Impulse, elektromagnetische Waffen, Mikrowellenwaffen, Atombomben, dann auch ein Cyber-Angriff, das heißt auf verschiedenen Ebenen wird Amerika attackiert. Ob das nicht auch eine Art von Predictive Programming ist, das heißt dass die Menschen für ein Ereignis programmiert werden, das sich dann entfaltet, mit sozusagen dem Wunsch, dass die Menschen sich dann genauso verhalten, wie das im Film eben vorher gesagt worden ist oder vorgespielt worden ist. Natürlich es ist eine Art von Verschwörungstheorie, klar, aber wir müssen eine Sache bedenken, das World Economic Forum mit diesem Super-Villain James-Bond-like Klaus Schwab warnt schon seit einigen Jahren immer wieder vor einer globalen Cyber-Attacke, die weite Teile der oder die Gesamt-Infrastruktur von Industrienationen, von hochtechnologisierten Industrienationen lahmlegen würde. Es kann man sagen, klar, es ist auch sozusagen so eine Art von Geschäftsmodell, Panik zu schüren, Angst zu machen, Produkte zu verkaufen, auch dieses ständige Angst Einjagen der Menschen, damit sie eben versuchen, zum Hirten zu gelangen, der sie beschützt, mag ja alles sein und ich glaube auch oftmals ist wirklich nur das Bedürfnis nach Kontrolle über die Erzeugung von Angst, die da eine Rolle spielt, aber wir müssen eine Sache bedenken. So wie vor der CERONA-Krise bestimmte Events abgehalten worden sind, Planspiele abgehalten worden sind, auch vom WEF, die eine Pandemie vorausgesehen haben und dann eben diskutiert haben, wie man auf die Pandemie reagieren sollte. Genauso hat man auch in den letzten Jahren vom WEF veranstaltet Planspiele, Meetings organisiert, in denen abgespielt wurde, was passiert, wenn ein Cyber-Angriff erfolgt. Die nennen sich sowas wie Cyber-Polygon. Ich glaube, das findet jedes Jahr statt, mit verschiedenen Schwerpunkten und in diesen ganzen Planspielen geht es ganz konkret darum, dass man davor warnt, dass ein Cyber-Angriff gesamte hochtechnologisierte Länder einfach lahmlegen würde. Wenn man das weiß, wenn man die Geschichte um Zerona kennt und wenn man jetzt Empfindlichkeit unserer digitalen Infrastruktur kennt, wenn man auch weiß, dass in den USA zum Beispiel immer wieder es Cyber-Angriffe gibt, auf Lieferketten zum Beispiel, auf andere sensible Infrastruktur. Wenn man all das bedenkt, dann kann man schon ein bisschen mulmiges Gefühl entwickeln, ob nicht eventuell hier tatsächlich die Menschen vorbereitet werden für ein Ereignis, das eintreten wird. Es muss natürlich nicht sein, es kann auch nur ein Film sein, man kann auch nur Spaß daran haben, gute Geschichten zu erzählen. Es hat auch eine Romanvorlage, aber gleichermaßen kann man sich die Frage stellen, wenn man all diese Dinge, die ich erzählt habe, berücksichtigt, ob nicht eventuell Tier, Menschen programmiert werden sollen, für das, was noch kommt. Warum sollte man das machen? Zwei Aspekte dazu. Einmal gibt es so etwas wie The Revelation of the Method. Das ist so ein Terminus aus dem Zirkel der Verschwörungs Gurus und zwar besagt er, bestimmte elitäre Kreise, wenn sie ihre Machenschaften auf der Welt ausführen, um ein schlechtes Karma zu vermeiden, es für nötig halten, ihre Methode zu offenbaren, also ihren Plot zu offenbaren und das machen die eben über Filme oder über Musik. Da sie oft die Frage stellen, warum machen die das denn im Vorfeld, warum zeigen die dann was sie machen und dann manifestiert sich das, weil man eben genau das laut deren esoterischen Vorstellungen machen muss. Das ist der eine Punkt, den man anführen könnte. Der zweite Punkt ist aber meines Erachtens viel profaner und zwar ist das die Message, die verkauft werden soll, oder die man den Menschen indoktrinieren möchte. Und zwar wenn die Welt untergeht, wenn Chaos ausbricht, dann brauchen wir eine Autorität. Wir brauchen jemanden, der den Laden zusammenhält. Wir brauchen jemanden, der unfassbar viel Macht in sich vereint. Und es ist die Tendenz, die ich grundsätzlich sehe. Es gibt in dem Film einige sehr prägnante Dialoge. Und in einem Dialog sagt dann Mahershala Ali oder auch das Problem, ob so ein Cyberangriff, dieses Chaos, dieses Armageddon, ob das inszeniert sein könnte, weil es Menschen gibt, die dahinter stecken und die Strippen ziehen. Und dann sagt er, nein, das ist so die Botschaft, es gibt keinen evil, there is no evil Kabbal, es gibt keinen bösen Klüngel, es gibt nicht die Bösewichte, die sagen, die Strippen in der Hand halten, sondern es ist viel schrecklicher. Dahinter steckt Chaos. Keiner hat die Macht. Da ist einfach Chaos. Es ist besser, beherrscht zu werden von einer Elite, die eventuell auch böse ist, weil sie das Bedürfnis haben, das System zu erhalten, als Chaos, wo überhaupt gar keiner weiß, was am nächsten Tag passiert. Und die Botschaft des Filmes ist, es gibt eigentlich Chaos. Chaos. Irgendwo gibt es einen Raum, wo es keine Kontrolle mehr gibt. Und das ist Chaos. Und das ist, glaube ich, die Message, die rübergebracht werden soll. Das heißt, wir als Menschen werden immer das Bedürfnis haben, dass es jemanden gibt, der irgendwie noch die Kontrolle darüber hat. Vielleicht ist es auch der Grund, weswegen Verschwörungstheorie, die in den meisten oder in vielen Fällen ihre Berechtigung haben, aber auch in Zeiten der Unsicherheit so eine große Relevanz genießen, weil man sozusagen etwas, was potenziell unerklärlich ist, sozusagen durch eine Theorie rationalisieren kann und man glaubt, da gibt es trotzdem jemanden, der sozusagen die Fäden in der Hand hält. Der Punkt ist aber, dass ich glaube, dass die Message darin besteht, dass wir möchten, dass wenn Chaos entsteht, jemand kommt, der für Ordnung sorgt. Denn ich glaube, viele der Probleme, die wir haben oder die uns sozusagen als Probleme dargestellt werden, sind eigentlich selbst erschaffene Probleme, die möchten, dass wir eine Reaktion zeigen, damit dann eine Lösung präsentiert werden kann. Das sogenannte Problem Reaction Solution Prinzip. Und wenn man das Problem, wenn man aber von vornherein die Solution eigentlich anstrebt, dann erschafft man sich das Problem selbst. Das heißt, man erschafft ein Problem selbst, man weiß ganz genau, was die Reaktion darauf sein wird, beziehungsweise man kann die Reaktion auch lenken medial und präsentiert dann die Lösung. Wobei aber die Lösung von Anfang an das Ziel gewesen ist. Und ich glaube, in diese Richtung könnte es auch gehen. Das heißt, was man benötigt, ist eine Art globale Infrastruktur der Herrschaft, die aber erst dann von Menschen sanktioniert werden kann, wenn wir eine Art von Chaos haben, das nur global gelöst werden kann. Und ich glaube, diese CERONA Episode, die wir hatten, war eine Art Vorläufer, weil das Narrativ uns ständig erzählt hat, dass die Lösung nur eine globale Lösung sein kann. Es ist keine Lösung, die wir national herbeiführen können, sondern es braucht eine globale kollektive Anstrengung. Und genauso ist es ja auch bei diesen ganzen Cyber-Angriffen, Planspielen vom WF. Das sind ja immer globale Ereignisse, die eine globale Lösung bedürfen. Und es ist ja interessant, dass bei diesen Cyber-Polygon- Geschichten zum Beispiel die Chinesen mit den Russen, mit den Amerikanern, mit den Deutschen, mit den Französen, alle zusammenarbeiten. Und da gibt es auf einmal nicht mehr diese Systemkonkurrenz, sondern alle arbeiten gemeinsam quasi an so einem Projekt. Und interessanterweise ist ja auch bei CERONA der Fall gewesen, dass im Gleichschritt die gesamte Welt quasi bis auf zwei, drei Ausnahmen auf dieses sogenannte Problem, die dieselben Lösungen präsentiert haben. Vielleicht läuft es darauf hinaus. Chaos zu stiften, um dann eine Lösung zu präsentieren, die auf eine Art globale Herrschaft hinausläuft. Aber ein weiteres wichtiges Thema ist Medien. Medien spielen eine große Rolle und unsere Abhängigkeit von der Technik. Das habe ich noch gar nicht thematisiert. Es gibt so eine Szene, da ist der Ethan Hawke steht dann da vor dem Prepper, der die Schrotflinte hat und schreit ihn an und sagt, ohne Navi und Handy bin ich ein nutzloser Mann. Total verzweifelt, weil er seine Familie nicht versorgen kann, er hat keine Waffe, er kann nichts machen, damit sein Kind gesund wird. Aber man sieht auch wie er einmal rausfahren möchte in den Ort, aber nicht dahin kommt, weil er kein Navi hat und überhaupt gar nicht weiß, was zu tun ist und soll in Panik gerät. Das heißt, unsere Abhängigkeit von Technik wird da definitiv thematisiert. Und Sam Esmail hat Mr. Robot gemacht und da geht es natürlich auch sehr, sehr stark um Technik und er hat in Interviews auch gesagt, dass er ein technik affiner Typ ist, er hat auch Informatik in der Richtung studiert, zusammen mit Film, glaube ich. Es gibt eine Konversation zwischen dem weißen Ehepaar, dann redet er über eine Schülerin von ihm, die eine Arbeit geschrieben hat über Medien, er selbst ist ja Medienwissenschaftler und dann sagt er, es geht in ihrer Arbeit um die Doppelfunktion von Medien, auf der einen Seite sind Medien quasi ein Mittel zum Eskapismus und auf der anderen Seite können Medien aber auch ein Mittel sein, ungefähr zur Selbstermächtigung oder zum Wissenserwerb, zur Befreiung auf gewisse Weise, man kann ja auch unglaublich viel lernen, also und ich glaube das wird thematisiert, auf der einen Seite sind wir unglaublich abhängig von Medien, abhängig vom Internet, vom Grid, also wir sind alle unglaublich vernetzt, wir sind gefangen in diesem System, was passiert, wenn wir einfach mal ausgeklinkt werden, das spielt eben damit und es gibt eben auch drei Steps, three Steps zum Coup d'etat, zur Auflösung des Staates und das Erste ist, die Attacke auf USA läuft auch anscheinend genauso ab, das Erste ist Isolation und wie schafft man Isolation und das ist spannend, Isolation schafft man, indem man eben die Technik zum Alarmen bringt und das kann man dann machen mit zum Beispiel elektromagnetischen Waffen, man kann quasi, ich glaube aber nicht, dass man das sozusagen so breitflächig mit einem Hackerangriff die Satelliten runternehmen, das war ja im Film so und auf einmal ist das ganze Land down und man kann nicht mehr mit anderen kommunizieren über das Internet, über das Telefon, man kann keinen Fernseher gucken, man ist einfach isoliert und weiß nicht, was passiert und das Gefühl der Isolation ist unglaublich beklemmend und das spürt die Familie auch und damit wird gespielt und gezeigt, wie abhängig wir sind von Technik. Diese Art von Abhängigkeit von Technik, man festiert sich aber auf gewisse Weise in Reihenform bei dem zehnjährigen Mädchen, Rosie heißt sie glaube ich, weil sie ist unfassbar fixiert darauf fürs Friends zu gucken und wie endet der Film und es ist natürlich eine unglaubliche Absurdität und viele hassen das Ende und sagen, es gibt kein schlechteres Ende in der Geschichte des Films als dieses Ende bei Leave the World Behind und zwar ist es so, dass die Rosie ganz alleine aus Intuition kann man sagen in ein anderes Haus gegangen ist, wo ein Atombunker ist. Aber bevor die Rosie quasi in den Bunker geht, sieht man, wie sie da sitzt und sich alles an Junkfood rein schafft, was sie nur in die Hände bekommen kann. Also wirklich der Dreck vom Dreck. Also kein Nichts Essen, sondern einfach nur Junkfood Chips, Schokolade, irgendwelche Popdinger da in den USA, auch das Zuckerzeug wird getrunken, stopft sich das quasi mit ihren toten Augen, die sie hat, in sich hinein und wie so ein Zombie geht sie dann runter, weil sie da Licht sieht irgendwie, eine Erleuchtung vielleicht, dann geht sie runter in den Atombunker und was findet sie dann? Erstmal so einen unfassbar gut ausgestatteten Bunker, von rich white people und das, was für sie aber zentral ist, ja, und Apokalypse ist ihr egal, aber was für sie zentral ist eben, sie sieht da ein Fernseher, ein DVD-Player und ein riesiges Regal mit tausenden von DVDs, vor allem aus den 90er Jahren und sucht dann nach Friends, findet Friends und guckt sich dann zwar, sie schiebt die DVD rein und da sieht man so, wie sie die Fernbedienung gehandhält und da ist die Netflix-Taste auf der Fernbedienung, aber sie drückt nicht auf Netflix, sondern sie geht weiter drüber und drückt auf diese Play-Taste und diese Play-Taste in den Fernbedienungen, die werden glaube ich gar nicht mehr verwendet, von diesen DVD-Playern, die ja gar keiner mehr hat, auf jeden Fall drückt sie dann sozusagen Play und die letzte Folge geht an und man sieht als letzten Shot sieht man dann nur ihr Gesicht angestrahlt, das blaue Licht strahlt auf ihr Gesicht und sie ist verzückt quasi, weil sie eben jetzt von diesem von der Serie sozusagen berauscht und beschallt werden kann, als ob diese in Trance versinken würde und sie sagt ja auch in dem Film oftmals sie kümmert sich um die Friends also die Leute sind ihr wichtig sie würde gerne in dieses Café gehen sie glaubt das Café existiert wirklich also sie hat eine unfassbare tiefe Bindung also eine tiefere Bindung zu der Serie aufgewachsen als zur realen Welt und wenn der Film so endet dass man als Message sagt hey die Welt geht unter ja aber das was sozusagen die Lösung darstellt ist quasi irgendwie 90er Jahre Lifestyle Friends die also die Serie die steht ja für etwas steht ja für diese Unschuld der 90er Jahre für Verbundenheit für Freundschaft sozusagen für Liebe für alles das was die Menschen jetzt nicht mehr haben auf gewisse Weise deswegen sozusagen die Nostalgie aufgrund einer Zeit die niemals existiert hat wie es im Film heißt und ist natürlich auf gewisse Weise ein sehr verstörendes Ende weil man das Gefühl hat als würde sozusagen Konsumismus ja hemmungsloser Konsumismus erstmal wird ja gegessen und dann wird geguckt als wäre das die Lösung des Problems als würde darin irgendwie eine Antwort liegen ja für diese Problematik die wir haben wobei wahrscheinlich die Message sozusagen lautet ähm weil eben der der Film auch endet quasi mit dem Song mit diesem Hauptsong der Friends Serie wo es dann heißt I'll be there for you ja und man kann ja schon darüber nachdenken dass wenn die Welt untergeht tatsächlich das Wichtigste was man benötigt Freunde sind die bedingungslos zu einem zu einem halten äh weil man dann weil es eben keine anderen Strukturen gibt das Einzige was dann helfen kann sind Freunde und Familie aber wie dieses Mädchen dargestellt wird ja wie mit ihren toten Augen die dann einfach nicht anders existieren kann als quasi in diesen künstlichen Welten ähm das ist natürlich eine Art von Darstellung von Eskapismus von Realitätsflucht was Medien da machen und ich glaube darüber machen wir uns überhaupt gar keine Gedanken ja wie Medien einfach oder von Serien und Filme dazu dienen ja dass wir aus der Realität flüchten und uns sozusagen in irgendwelchen Traumwelten versteigen ähm weil wir es einfach nicht mehr aushalten können mit der mit der harten Realität ich habe ja von diesen drei Stufen geredet die erste Stufe ist Isolation die zweite Stufe ist durch Isolation entsteht Chaos und Chaos spürst du dann auch mit Falschinformationen und Propaganda das heißt Propaganda wird dann hineingekickt in diesem Film geht es dann auch darum dass so Flugblätter verteilt werden über Drohnen quasi wo dann in arabischer Schrift steht Tod in den USA und man glaubt das ist ein Angriff von irgendeinem islamischen Staat oder arabischen Staat dann heißt es dahinter eventuell die Koreaner stecken oder die Chinesen stecken ja das heißt man erzeugt Chaos durch Propaganda durch Falschinformationen weil man keine andere Information hat außer der Propaganda ist man quasi in einem Zustand sozusagen der Unruhe der Unordnung und des Chaos und das ist eben jetzt das Interessante der dritte Punkt ist nachdem quasi Isolation stattgefunden hat und auf Grundlage der Isolation man Chaos verbreiten kann und Unordnung ist dann der dritte Punkt Staatsstreich coup d'etat das heißt Untergang der Zivilisation der Ordnung des Gesetzes und zwar das ist eben das Interessante wird das geschehen ohne dass man das aktiv herbeiführen muss denn wenn man die ersten zwei Schritte umgesetzt hat wird die Gesellschaft das von selbst machen und das ist eben interessant weil man dadurch quasi zum einen sagt der Mensch ist böse die Hauptmessage wieder der Mensch ist böse der wird das machen der Mensch die werden sich bekriegen bist du aus Blut wenn da niemand wenn da nicht der Leviathan da ist der die alle im Zaum hält das ist der eine Punkt und der andere ist natürlich das Spiel mit dem Feuer was in den USA eh schon zu sagen in kleiner Flamme lodert und zwar diese in den USA vorhandene Angst vor einem Bürgerkrieg und das ist etwas was dadurch näher spielt denn man suggeriert dass quasi es nicht viel braucht bis diese Menschen bis diese Gesellschaft diese degenerierte Gesellschaft diese unmoralische Gesellschaft diese wölfische Gesellschaft nicht anders kann quasi als sich gegenseitig sozusagen anzugreifen und zu attackieren um nach Macht zu ringen das heißt Bürgerkrieg ist die logische Konsequenz wenn wir nicht alle in Schach halten und diese Angst vor dem Bürgerkrieg haben wir eben auch in den USA wir sehen seit 10 15 Jahren an eine stetige Radikalisierung eine Art von Gruppenbildung links gegen rechts also ist immer unversöhnlicher der Kulturkampf der lodert wir haben auch quasi schon Gegenden soweit ich weiß wo Milizen oder so eine gewisse Form von Milizen sich herausgebildet haben man hat diese Fake Black Panther Bewegung da auch die da ins Leben gerufen worden ist man hat diese Antifa-Leute das heißt man sieht da schon eine Art Gruppenbildung man sieht da das Gerede vom Bürgerkrieg definitiv wir haben diesen eigenartigen Angriff auf das Kapitol man hat mit Donald Trump eine Figur die da für diese Zerwürfnisse sorgt die für Kontroversen sorgt die für Spaltung sorgt und wir wissen zum Beispiel auch dass in einigen Monaten ein ich weiß gar nicht ob das ein Netflix-Film herauskommt der heißt Civil War wo einfach quasi auch der Bürgerkrieg der in den USA anscheinend jetzt bald kommen wird auch tatsächlich dann sozusagen filmisch umgesetzt wird das heißt als würde man es darauf ankommen lassen ja Leute habt Angst vor dem Verlust ja an Autorität denn es wird Chaos herrschen es wird Bürgerkrieg herrschen und sozusagen unsere zivile Ordnung wird untergehen was man aber nicht bedenkt ist muss es so sein wenn ich jetzt an diese apokalyptischen Filme nachdenke über diese Denke über diese Nachdenke dann ist es so dass in so gut wie all diesen Filmen wenn sozusagen die Ordnung nicht mehr da ist die Menschen sich gegenseitig an die Gurgel gehen Menschen werden zu Kannibalen wie viele Filme gibt es wo Menschen zu Kannibalen werden ich kenne keinen einzigen Film in dem gezeigt wird dass es quasi Solidarität entsteht vielleicht kann ja jemand in den Kommentar schreiben aber es gibt diesen Film da wird es gezeigt aber dass da quasi auch Solidarität sozusagen unter vielen Menschen dann auf einmal aufkommen kann nein das ist gar keine Option wenn die Ordnung zerfällt und sie wird zerfallen dann wird Chaos herrschen also warum wird das andere nicht gezeigt aber es spielt gar keine Rolle es ist überhaupt gar nicht möglich wobei wir zum Beispiel aus der Flutkatastrophe in Deutschland die ja vor zwei drei Jahren war wissen dass die Menschen und das ist auch interessant ja da kam die Flut und da war auch kein Internet kein Telefon abgeschnitten von der Welt also technologisch gesehen und die Menschen haben angefangen miteinander zu reden sie waren nett zueinander haben sich gegenseitig geholfen waren solidarisch waren freundlich ja und dann hat eine Art Zusammenhalt gespürt den man erst eben spürt ja wenn man Probleme hat ja wenn man Katastrophen hat anscheinend ist eventuell ist der Mensch gar nicht so schlecht wie in den Filmen immer gezeigt wird und das ist eben Propaganda das ist Gehirnwäsche das ist Predictive Programming das ist quasi die Zementierung eines Menschenbilds in uns und das ist der zentrale Punkt wer definiert wie das Menschenbild ist und wer es schafft dass man ihm glaubt dass der Mensch so und so und so ist der herrscht über den Menschen das ist eine zentrale Sache die ich schon relativ schnell gelernt habe wenn man sich mit Theorie auseinandersetzt weil immer darauf an quasi wie du einen Mensch siehst wenn du ihn als Wolf zeichnest ja dann musst du auch eine 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 Gesellschaft sozusagen ähm ähm skizzieren indem quasi Gewalt das Gewaltenmonopol zentral ist wenn du aber sozusagen einen Menschen zeichnest der der gut ist ja der solidarisch barmherzig ist äh dann wirst du auch quasi nicht diesen starken Fokus zum Beispiel auf Gewalt haben ja das heißt die gesamte Art wie du eine Zivilisation aufbaust wie du Gesetze erlässt alles verändert sich mit dem Menschenbild shutter liegen oder le les les